Willkommen zurück bei Agents of Mayhem! Das ist eine gute Möglichkeit, um Ressourcen zu einzusacken. Ich kürze es mal ab. So, wie geht das? Gebietsschlüssel. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das werden wir schon rausfinden. Äh, Verträge ansehen. Äh, 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 äh. Ah, ok. Ja, dann schick mal da... Ah, da muss ja Agenten hinschicken, oder was? Nur einen, oder was? Untersuchen von Orten. Ja, du kannst das machen da, du... Ok. Das ist ein bisschen Blödsinn, es ist keiner verfügbar, aber ich habe das nur freigeschaltet hier. Ja, und dann kriege ich was, oder wie? So, irgendwie scheint das zu gehen. Was ist das, der Gebietsschlüssel, Heinz? Dieses Gebiet ist gesperrt. Äh, hä. Das sieht so ganz nett aus hier. Dann würde ich sagen... Ja, wir machen irgendeine Mission. Haben wir denn da Hübsches? Wir könnten uns auch einen neuen Agenten organisieren. Zum Beispiel den guten alten Johnny Gett. Das ist ne Idee. Wir schnappen uns Johnny Gett. Guter Cop. Bot Cop. Operation Guter Cop, Bot Cop, so. So, wen nehmen wir denn mit? Lass uns mal gucken. Ich nehm die da am besten mit. Das passt schon so. Der Icy da, der ist ja sowas von geil. Wie heißt der? Yeti, glaube ich? Ich mag nicht die Teleportation. Time to go eatin. Time to gain glory. Time to gain glory. Der ist so geil, hä. Yum. Taxi! Und richtig stylisch einsteigen natürlich. Inzwischen habe ich das mit dem Driften auch schon halbwegs raus. Let's see what this baby can do. Nur trotzdem mag ich keine Elektroautos. Die sind einfach klumpert hoch 10. Eine richtige Karre braucht Benzin und kein Schwutzel, Diesel oder Elektromüll. Ist so, das fahren nur die Schwuppen Sultans. Weck da. Oh, wir sind schon da. Scheiße. Ups. 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 So, wir müssen... Da rein. Zu Bus haltestimme. Ah. So, da. Operation. Guter Kopf. Bot Kopf. Ever been in a coma? Imagine the worst night of your life, playing on loop. Wir holen uns jetzt Agent Johnny Gat. Wir holen uns jetzt Agent Johnny Gat. Und boom. A year of your life goes up in smoke. You wake up to find they've replaced you with a machine. Some call it progress. I call it bullshit. Good to know there's people out there who agree with me. Now I'm locked, loaded and ready for revenge. You know, just as soon as they take out my catheter. Johnny Gat is in action. Muss ich mal schauen, was der kann, weil... Oh, man sollte schon wissen, was der kann. Gat, this is Superintendent General Gat. So, bevor die da weiter labern, schauen wir das schnell an. Schauen wir mal, was unser Kleiner hier kann. Also, er kann. Gat ballert mit seinen tödlichen Handwaffen. Für die Dauer der Fähigkeit ist Gat immobilisiert, erfasst er Ziele aber automatisch. Soll. Aimbot Deluxe oder was? Das ist die Mähemfähigkeit. Auch ganz nützlich. Normale Waffe. Das geht schon. So eine Pumpe, aber auf Entfernung ein bisschen. Dann. Was ist das? Schießt mit seiner MP. Unvursacht hohen Schaden. Ja, das ist das da. Das sind die eher nicht so nützlich. Aber naja. Dann, was haben wir noch? Fähigkeit. Der Agent kann mit kurzen, schnellen Bewegungen über das Schlachtfeld spurten. Ob das jetzt so nützlich ist? Na ja. Er kann die Wände hochklettern. Nicht blöde. Ähm. Geht gut durchrüstung. Und was kann er noch? Ja. Er kriegt Verschanzung, wenn er am Arsch ist. Er ist Klärchen. So, wo sollen wir hin? Oh. Die Pumpe haut rein. Der Smart schaut geil aus. Warte. Die Nachladesequenz ist ja spitze. Die Pumpe haut rein. Die Pumpe haut rein. Und das bedeutet, zumindest für die Zeit, du für mich arbeiten. Also, wir gehen mit dem Guff. Kann ich fragen, was das ist? KW Robotics ist der newest Prototyp. Rookie Bot. Okay. Rookie Bot hat ein Netzwerk artificiales Neurales, die lernt sich um zu sehen. Rookie Bot ist jetzt auf dich. Du? Hi Mr. Gat. Great. My two least favorite things. Partners and machines. Ahem. We hope that by observing you, Rookie Bot will be able to add a human touch to Sol Metro. Or maybe you just hired some humans. Ha ha. Are you joking? Humans are emotional. Unpredictable. Just play ball with me here, okay? Weg der Bus. Mag keine Busse. Die halten nur auf. Woah. A Turbo habe ich auch. Jetzt merke ich es erst. Wuhu. Wuhu. So. Hoppala. Wuhu. 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 Dann lass mir ein Gebäude hochlaufen. Müs man mal probieren. Ein Versuch. du halbwegs funktioniert es. Das ist halt wie der andere. Mit der Harpune ein bisschen drauf. So. Wo soll man hin? Dää. Wuhu. Jee. Aufzug, oder was? Zu der Waffe, Bleispucker. Gett nutzt eine hochenergetische Flinte, die Kugeln verschießt und bei mittlerer Reichweite hohen Schalen verursacht. Ja, die ist richtig geil, das merke ich schon. Will dieses Fleisch hier haben? Oh. Nervensegen. Wow, die haut rein, die Bumse. Hau ab. Boah. Alter, die Bumse haut rein. Das geht. Das ist eine gute Bumme. Nächster bitte. Was ist denn das, Parking-Duty? Ja, keep up with that tone and I'll bust you down to animal control, smart guy. What am I supposed to do when I get there? It's not like I'm carrying the ticket book. Not even a cop anymore. You'll wait for the perp to return to his car. Then you'll approach him about his parking violation. Then, you know the script. He'll say, come on, buddy. How about giving a guy a break? You'll say, hey, pal. Well, I'm just trying to do my job here. Then he'll come to you a fascist, or a loser, or a soulless sack of shit. Okay, okay, I think I get it. Out of my way. Warte mal, wir müssen da runter. Schöne alle weg hier, wenn Johnny-Git kommt. Kann man nicht abknallen. Whoa, kann man abknallen. Ups. Ups. Ah ja, mal passieren. Kann man da rein? Der kommt sogar aufs Dach rauf. Das finde ich richtig geil. Da sollen wir hin. Was geht los? So, da, Spezialfähigkeit. Ballern und beten. Das hört sich an. So, das probieren wir gleich. Da ist es. Ihr Flaschen. Willst du was? Go home. Kleine Bitch. Wow. Stehen. So geht das. Alter, das mit dem Finger ist geil, ey. Das hat's geil, Leute. Okay. Bumse bumse ist auch geil. Ah, in Johnny-Git kann man arbeiten. Den sollen wir kaputt machen, oder was? Der ist kaputt. Chief 5, are you intentionally leading me to the legion? Are you questioning my integrity? Maybe I am. You have problems with me. Go crying to HR later. Right now, I need you to do your job. So what do we got next? Check forgery? No. Public urination. Oh, der will sie rasieren mit dem Messer. Das hat's geil. Also, auf die Dächer kommst du mit dem gut rauf. Das merke ich schon. So, und jetzt? Äh. Darüber. Ah, schleicht dich. Die scheiß Civis, die fahren dich immer wieder auf, ey. Haben wir mal ja mal einen Bus klauen können. Oh, das geht, geil. Boah, ist der langsam. Boah, driften mit dem Bus ist ja hardcore. Aber gut, mit dem räumt man zumindest alles beiseite. Aber so richtig. Driften mit dem Ding ist ja hardcore, ey. Boah, boah. Ich glaube, mein vorderer Reifen hat ein bisschen was abgekriegt. Hat ein bisschen gedasht das. Weg da! Oh, diese Elektro-Kane. Oh, da sind wir. 50 Meter. So, was haben wir hier? Meme-Fähigkeit. Was ist Kanonisierung? Das ist ja geil, Alter. Wie der rumballert. Das hat's Teil. Das probier mal gleich auch aus. Gegner, wir brauchen Gegner. Gegner, wir brauchen Gegner. Oh, wir haben Gegner. Kommt her. Und jetzt, Meme-Fähigkeit. Bäm. Ja, der schießt wirklich von alleine. Geil, du musst nur mehr abdrücken. Alter, wie der zieht. Das hat Style. Alter, die Fähigkeit ist ja geil. Also, mit dem kann man arbeiten. Jetzt muss ich nur mehr schauen, welche Stufe der ist. Oh, der ist Stufe 1. Den müssen wir leveln. So geht das nicht. Den müssen wir leveln! Friss meine Bumse-Bumse. Yippie. Hier liegt überall Geld rum. So, wer möchte das nächstes? 500 Meter. Gat, das ist mir, Rookie-Bot. Ich benutze ein Privat-Channel. Was willst du? Mr. Gat, meine Fähigkeit-Pattern-Rekognition-Funktion predicts, dass es eine Legion-Presence gibt in der nächsten Station. Ja, ich weiß. Mein Gehirn hat das auch gemacht. Also, ich habe Mikro-Modulation-Modulation in Chief-Bot's voice. Ich fühle mich, dass er nicht ganz ehrlich ist mit dir. Du denkst? Ja, ich bin. Ich kann mich selbst. Ich will einfach das machen, damit ich wieder zurückkehrennt. Affirmative. Oh, oops. Oh, ich habe was gefunden. Ich meine, Rookie-Bot has learned just about everything we, äh, she needs from you. Whatever, I don't give a shit. I just want you to be honest with me, when this is all over. Are you questioning my integrity? Yeah, I am questioning your integrity. Main-Fähigkeit ready, jetzt gibt's aufs Saug. Und, bam. Die Mäh-Fähigkeit ist so geil von dem. Du brauchst eigentlich nur mehr blöd Ball an. Nächster. Oh, hoppala. Hier liegt überall Money. Jetzt holen wir sie natürlich... Jetzt holen wir sie erst recht. What's this? Willst du was? Paul da unten. Habe ich was gesehen. Sehr schön. Whoa, whoa, whoa. What's it is? Das ist so geil, die M.G. Also, der Gett, der kann was. Definitiv. Alter, da wirst du ja mit allen fertig hier. Ziemlich stark, finde ich, der Typ. Und das ist Level 1. Da geht sicher noch was bei ihm. So, wer ist nur frech? Da drüben. Weg da. Wenn der Babo hier ist. Hallo. So. Da unten liegt irgendwo Leben, glaube ich. Brauche ich aber eh nicht. Oh, da ist ein bisschen kleiner Minibossiger. Alter, mit Stufe 1 knittest du die schon so rum? Wenn ich den level, ey. Dann kann man eigentlich mal die schwierigere Missionen machen. Alter. Oh, scheiße. Ja, ja, labert du nur. Okay, Chief Bot. What the fuck is this all about? Füße. We've been gathering telemetry data, creating a situational decision-making model based on you. Soon, we will integrate this Gett AI into our new fleet of cop officers. So, there'll be a whole army of me? That's right. About fucking time. So, wir haben Johnny Gett. Der nehmen wir gleich mit ins Team auf. Der ist nämlich richtig geil zu zocken. Können wir gleich mal versuchen in eine Basis rein. Das ist in so eine Legionsbasis. Oh, gleich auf Stufe 3. Das läuft, das läuft. New Agent. Gett. So, was hat er gekriegt? Todesstrafe. Gett's Flinte verursacht 20% erhöhten Schaden. Ist jedoch mit einem kleineren Magazin ausgestattet. Boah, 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 finde ich jetzt nicht so schlimm und toll. Beides nicht. Kann man nehmen, muss man nicht nehmen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker-Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Ich nag's. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020